Hallo und herzlich willkommen zum ersten Marketbriefen von Dreadingportal.net in dieser Handelswoche. Und diese Handelswoche, die beginnt so richtig träge. Meine Güte, war das gestern eine enge Handelsspanne. War das eine lange Weine am Markt? Ja, man wartet ab. Was passiert als nächstes? Wir haben die wichtigen Erzeugerpreise, Verbraucherpreise in den USA. Morgen werden die Verbraucherpreise gemeldet. Wir haben das Notenbankprotokoll, der FED wird morgen auch gemeldet. Übermorgen ist die EZB dran. Dann haben wir in dieser Woche natürlich noch die Buybacks, die Aktienrückkäufe, die jetzt auf den höchsten Stand in ihrer Blackout-Periode sind. Dann die Steuerwoche auch noch. Also ein bisschen zurückhaltend, wie geht es nun weiter? Auf der einen Seite gibt es positive Signale, gestern die deutsche Industrie. Auf der anderen Seite gibt es wieder große mahnende Worte und große Differgenzen, auf die wir jetzt gerne auch zu sprechen kommen. Und da gehen wir direkt mal hinein, denn dieser Mann hat wieder gewarnt. Er warnt die ganze Zeit. Und er eigentlich könnte meinen, das ist doch irgendein Spinner, dass der das immer so tut. Und wenn er nicht der bedeutendste Banker in Amerika wäre, Jamie Dimon, der CEO von J.P. Morgan. Gestern hat er es wieder richtig rausgehauen an seinen Brief an die Aktionäre. Wir stehen vor großen geopolitischen Risiken. Der Markt möchte diese Risiken gar nicht gehen. Ist viel zu leichtsinnig unterwegs. Größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Zinsen in den USA, ja, 8%. Damit müsste man noch rechnen. 8% Zinsen. Überlegt mal, wir stehen aktuell bei einem Zinsband von 5,25%. 5,5% und auf 8%. Ja, meine Güte, da sind wir wieder beim Thema Spinner. Also das kann ich mir auch ganz schwer vorstellen. Da ist richtig was schief gelaufen, wenn wir dort reinlaufen. Und das hat der Markt mit Sicherheit nicht eingepreist. Auch das Thema Softlanding ist wieder große Zweifel. Im Übrigen komplett konträr zu seiner Analystenabteilung, Researchabteilung. Die hat gestern erst wieder die Wachstumsprognosen, also von seiner Bank J.P. Morgan, die Wachstumsprognosen für die US-Konjunktur angehoben. Sehr interessant, wie er sich hier äußert. Der gute Mann, sehr pessimistisch unterwegs. Aber auch ganz großes Thema KI. Sieht da eine riesige Kehrtwende mit der Erfindung der Dampfmaschine. Ja, aber zugleich eben die große Warnung. Die Märkte möchten momentan keine Risiken sehen. Und die Risiken sind enorm groß. Geopolitik. Inflation geht nicht zurück. Die Softlanding wird seiner Meinung nach nicht gelingen. Erst recht nicht, wenn die Zinsen natürlich auf 8% steigen. Also das ist wirklich ein großer Mahner in diesem Bereich. Aber er mahnt auch nicht zum ersten Mal. Er mahnt ja schon seit mehreren Wochen und Monaten. Und man könnte wirklich es abstempeln als Spinner dazu. Aber nur lieb gemeint. Wenn er nicht der bedeutendste Banker in Amerika wäre. Also Jamie Dimon gestern sehr auffällig. Hat die Märkte aber gar nicht so sonderlich bewegt. Er wird ja Freitag nochmal sich zu Wort melden im Earnings-Kurs. Wenn Ichipi Morgan die Quartalszahlen vorgelegt hat. Also hier ein bisschen gewarnt. Und das sehen wir natürlich auch etwas bei den Erwartungen der geldpolitischen Wende. Die gibt es vielleicht gar nicht, die geldpolitische Wende. Die Zinssenkungserwartung für Juni geht weiter zurück. Mittlerweile unter 50%. Also die Wahrscheinlichkeit, dass im Juni die Zinssenkungen gesenkt werden, wird immer unwahrscheinlicher, dass das passieren mag. Bedenkt bitte Jahresanfang. Da soll es ja im März mit großen Zinsschritten losgehen. Es ist komplett alles wieder umgekehrt und auch die Erwartungshaltung an Zinssenkungen in 2024. Mittlerweile nur noch 60 Basispunkte werden erwartet. Ja, da sind wir knapp unter die 5% wären wir dann. Also fast Ausfall der Zinssenkungen, dass da gar nicht wirklich etwas nachkommt. Da bleiben wir sehr, sehr niedrig. Und ja, die Erwartungshaltung an die Zinssenkungen hier nochmal zu sehen und der Nasdaq dazu. Die Erwartungshaltung an Zinssenkungen, ja, 2,5 ungefähr, 2,5 Zinssenkungen im Jahresverlauf. Da gehen wir schon zu Thanksgiving zurück. Da war die Erwartungshaltung ganz ähnlich. Und der Nasdaq, der stand dann noch knapp unter 15.000. Muss man nicht natürlich alles komplett überlagern. Dann gibt es andere Themen. KI hat uns ja auch gepusht. Aber trotzdem zur Erinnerung, dass man gerade hier mit Jahresauftakt, da hat das Thema KI, musste da schon groß übernehmen. Weil die Erwartungshaltung an die Geldpolitik sich ziemlich deutlich umkehrt. Wir hatten im Januar noch die Erwartung, dass es sieben Senkungen geben wird in diesem Jahr und es ab März losgehen wird. Und hat sich komplett verschoben. Was haben wir noch? Die Anleihenrenditen. Die Anleihenmarkt, die Preisen. Das ist ja eigentlich die verschobene Geldpolitische Wende. Wird am Anleihenmarkt eingepreist. Die Renditen hier für die Zehnjährige hat gestern den höchsten Wert seit November erreicht. Und da stehen wir schon langsam laufen. Wir richten die 4,5 Prozent, die wir vor ein paar Wochen schon angesprochen haben. Ja, also hier ist wirklich ein großer Umschwung zu erkennen. Und wir sehen es ja auch in den Diskussionen, wie unsicher das eigentlich alles ist. Ja, es gibt sieben Zinserhöhungen. Im März geht es los mit einer großen Zinswende. Mehrfach sehen wir 50 Basispunkte nach unten. Ich würde sagen, ja, vielleicht wären es ja noch zwei oder drei. Im Sommer geht es los und ja, vielleicht auch nicht. Die ersten Notenbänke haben sich in der vergangenen Woche geöstet. Ja, vielleicht braucht es ja gar keine Zinssenkung 2024. Und Jamie Dimon, der haut jetzt raus, ja, vielleicht laufen die auch Richtung 8 Prozent. Also mehrere Zinserhöhungen. Also das ist schon, wie geht es hier weiter? Also komplett gehen die Meinungen hier auseinander. Die haben Aktienmarkt, aber da hat Jamie Dimon durchaus recht. Er sieht die geopolitischen Risiken nicht. Er reagiert eben erst, wenn es wirklich was zu reagieren gibt. Und er sieht nicht die geldpolitischen Risiken, dass die Zinswende vielleicht in der Tat komplett ausfällt in Amerika. Und da werden die Daten, die in dieser Woche gemeldet werden, noch sehr, sehr entscheidend werden. Also Anleihenmärkte, die preisen hier was ein. Das sehen wir auch hier nochmal. Die 10 Jahre geinvertiert dargestellt zum S&P 500. Auch seit Jahresauftakt ist die Korrelation komplett dahin. Die Anleihenmärkte sagen ja, mit der Zinswende, es wird vermutlich sehr, sehr wenig werden. Die Aktienmärkte sagen, was interessiert mich denn schon die Geldpolitik, wenn ich jetzt das Thema KI habe, aber Geldpolitik zählt nun mal immer. Und da hat Jamie Dimon durchaus recht, dass das die Konjunktur dann belastet. Wird die Software nicht vielleicht gar nicht so sicher. Zumindest wird man nicht in eine richtige Boomphase laufen, sondern das Wachstum dümpelt dann eher dahin. Und ein bisschen die auch zweigeteilten Datensätzen sehen wir das ja durchaus. Die Datensätze bewegen sich nicht auf Boomniveau. Teilweise positiv, teilweise wieder zu sagen, so stark sind sie gar nicht. Also ziemlich undurchsichtig, was wir aktuell in Amerika sehen. Ja und das Thema Geldpolitik, verschobene Zinswende, sehen wir vielleicht auch bei den Geldmockfonds. Die haben in der vergangenen Woche neues Allzeithoch erreicht. Also dort läuft noch Liquidität hinein in der Erwartungshaltung, dass es dort auch sicher weitere Rendite geben wird. Da hat der Mann ja zum Jahreswechsel schon gedacht, ja die Geldmockfonds, die haben wir top gesehen. Da läuft die Liquidität langsam heraus, sie läuft weiter hinein. Also das Thema Geldpolitische Wende für die Märkte doch zunehmend ein Thema, was 2024 weiter in die Ferne gerückt war. Zumindest für die USA. Nur am Aktienmarkt bisher nicht erkennbar. Thema Ölpreis, da eine ganz wichtige Komponente als inflationärer Treiber. Ja zumindest haben wir kein neues Jahreshoch gesehen bisher im Wochenverlauf. Also beziehungsweise gestern, ich schaue kurz hoch, heute stehen wir unverändert, aber hier auch nochmal im Wochenschort, die Kerze eine Woche. Wir hatten es ja darauf hingewiesen, ja zum Jahreswechsel, hier am SMA 200. Gerne hat man sich ja stabilisiert. Wir hatten die Wochenkerzen, wo man auch einen langen Teel ausgebildet hat. Also hier sehe ich hier, wie heißt es denn jetzt richtig, ja, wie lange Schwanz ich ausgebildet habe an der Kerze, eine lange Lunte. Jetzt haben wir es, aber ihr wisst es ja selbst auch, dass man sich hier stabilisiert hat und nach oben ziehen wollte. Und wir ziehen in der Tat weiter nach oben. Und mittlerweile ist auch der 90-Dollar-Bereich hier jenseits, vielleicht die Hochpunkte aus dem Sommer letzten Jahres, gar nicht mal so unwahrscheinlich. Und was macht das dann mit der Inflation? Also der Ölpreis ist hier sehr fest. Ihr seht es sicherlich auch an den Benzinpreisen. Und dann mal gucken, ob die Inflation wirklich deutlich zurückkommt. Wir haben die Inflationsdaten in den USA. Das ist ein Unsicherheitsfaktor. Frisst man sich an der 3% fest? Frisst man sich vielleicht sogar zwischen 3 und 4% mit der Tendenz zur 4% fest? Also was soll die Notenbank da fetter machen? Kann die da sagen, ja, das reicht. Nicht, die Zinsen können wir senken im Sommer. Aber vermutlich nicht. Das ist ja auch ein paar Worte. Ein bisschen die Hoffnung haben, dass wir uns eher Richtung 2% bewegen und dann irgendwie vielleicht ein 2,9% vor dem Komma bekommen. Ähnlich wie bei der EZB. Und dann reicht es. Ja, der Trend stimmt ja. Die letzten Meter brauchen wir nicht. Und dann passt dann vielleicht das Inflationsziel auch mal an. Also Hauptsache die 2 vom Komma. Aber momentan sieht es eher danach aus, dass wir so zwischen 3 und eher Richtung 4% laufen. Und das wäre wohl zu hoch, um die Zinswende einzuleiten. Also der Ölpreis wird ja sehr, sehr wichtig sein. Mal gucken, wie man sich dort weiter verhalten wird. Aber das sieht schon sehr stabil aus, was man momentan hier hinlegt. Ja, und auch die Kreditkortenschulden bzw. die Zinsen auf die Kreditkortenschulden stehen ja auf dem höchsten Stand seit der 1990er Jahre. Fast 22% muss der US-Amerikaner mittlerweile auf seine Kreditkortenschulden zahlen. Und das ist durchaus relevant, weil der US-Konsument eben seine Kreditkorte liebt. Und nicht nur eine, am besten zwei oder drei. Und damit konsumiert. Und die letzten Konsumdaten, auch von den ersten Earnings von den Konsumunternehmen, so richtig Boom-Phase war das nicht. Im Gegenteil sieht er danach aus. Ja, vielleicht überlegt der Konsument, was er sich kaufen möchte. Und erst recht auf Pump. Also das Thema Geldpolitik zählt. Durchaus. Der Markt sagt, das ist vollkommen egal. Wir haben ja jetzt KI. Aber das Thema Geldpolitik für die Konjunktur zählt durchaus. Und kann eben auch eher belastend wirken. Und wird dafür vermutlich dann die US-Konjunktur eher drücken, als weiter nach oben pushen. Vor allem, je länger wir oben bleiben. Higher for longer oder noch higher, Jamie Dimon-mäßig. Der Markt ist ja sehr resilient. Aber in der Regel oder eigentlich immer ist das ein Belastungsfaktor. Geldpolitik zählt. Und warum ist der Markt hier so resilient? Ja, warum? Das ist das Thema Big Tech. Das ist das Thema KI. Das hat einen Grund. Hat Hand und Fuß. Und das sage ich auch immer wieder. Die Big Techs, die liefern eben auch. Hier mal die, die Quartalsberichtssaison beginnt ja Ende der Woche so richtig mit den Großbanken. Großbanken, hier mal die Gewinnerwartungen, das Wachstum für die Earnings per Share, also Gewinn je Aktie für die Big 7. 37 Prozent sollte hier eine Steigerung vonstatten gehen. Und der Rest, also S&P 493 minus 3 Prozent. Das ist diese große Differenz. Deswegen auch versteht man auch. Wir haben ja KI, alles ist ja gut, wird schon werden. Die Big Techs liefern, die haben immer geliefert. Und die brauchen weiterhin gigantische Zahlen. Und die Erwartungshaltung, das ist die Grafik von Goldman Sachs, ist auch dementsprechend hoch. Aber sie haben immer geliefert und sie halten das Fähnchen hoch. Und damit lebt dann auch die Story. Lebt eben die KI-Story weiter, wenn die Zahlen der Big Techs weiter so enorm sind. Aber es ist natürlich auch ein bisschen der Punkt, wenn die anderen Unternehmen, 493 andere Unternehmen, wirklich gar nichts dazu liefern. Man erwartet, dass sie im Jahresverlauf dazu kommen, dass die Big Techs das nicht halten können. Hier sieht man ja die einzelnen Quartale 2024 und sogar überholt werden von der Breite des Marktes. Mal gucken, ob das so gelingt. Mal gucken, ob das so gelingt, wenn die Geldpolitik so restriktiv bleiben wird. Das sieht man dann natürlich auch, dieses Bild, was wir eben haben, in der Marktbreite, die natürlich etwas besser wird, aber immer noch auf sehr niedrigen Niveaus. Auf dem Niveau von Ende 1990er Jahre. Nur 37% der Mitglieder im S&P 500 outperformen auch den Gesamtindex aus dem S&P 500. Das ist ein sehr niedriges Niveau. Aber das sieht man eben auch an den Zahlen, beziehungsweise die Erwartungshaltung. Einige Unternehmen kämpfen durchaus gegen die hohen Zinsen. Vor allem eben die Nebenwerte. Small Caps, die stehen auch deutlich unter dem Allzeithoch. Das ist eben auch relevant, aber wird eben übertünscht durch die großen Tech-Konzerne. Immer noch, obwohl die auch nicht mehr im Gleichschritt laufen, aber die liefern eben. Die liefern ordentlich ab. Und dann wird die nächste Quartalsberichtssaison, die jetzt beginnt hier nochmal zu sehen, ab Freitag geht es so richtig los. Da kommen die ersten großen Unternehmen. Traditionell geht es mit den Banken los. Wir haben GP Morgan, Jamie Dimon wird sich da nochmal melden. Wells Fargo ist dabei, Blacklock City. Also da geht es los mit den Großbanken, die eigentlich immer gut starten. Mal sehen. Ja, aber Thema Kreditvergabe kann da auch interessant werden. Wie steht es denn mit der Konjunktur? Erhöhte Kreditvergabe oder trübt es sich etwas ein? Was wir auch haben, hatte ich mehrfach gesagt, befinden wir uns in der Euphorie-Phase oder kommt da mehr nach? Ich hatte die IPOs gezeigt, gerade Jahreswechsel 2020, 2021, hatten auch sehr viele IPOs. Also Börsengänge, das sieht man dann gerne im Finale einer Euphorie-Phase. Und wir sehen auch gerne, das ist hier die Einhörner, also die Startups, die sofort eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar erreichen. War auch ziemlich hoch 2021, bevor es dann nach unten ging. Das war die Euphorie-Phase, Meme-Stalk, Wall-Street-Bats. Ihr könnt euch erinnern, aktuell, ja, wir steigen wieder an. Wir steigen ja definitiv wieder an. Aber hier haben wir es durch und mit, also so richtig, dass wir ja so eine Mega-Euphorie-Phase gesehen haben, das kann man nun auch nicht sagen. Also da ist durchaus auch Luft vor Einten auf der Oberseite. Es ist eben dieses undurchsichtige Bild, was wir momentan haben. Und West Fargo, auch konträr jetzt zu Jamie Dimon, die sagen, der Melt-up nach oben geht weiter. Also Jahresendzieher, 5.500, ein paar zerquetschte, zweite Jahreshälfte wieder positiv. Ja, was passiert aber dazwischen? Also letztendlich, wir waren ja schon auf knapp 5.300, so weit ist es dann auch nicht mehr bis dahin. Also dazwischen passt eben auch noch eine Konsolidierung, die aufkommen kann. Mal sehen, ob das jetzt aufgegriffen wird, vielleicht sogar in dieser Handelswoche. Bisher alles relativ ruhig. Auch noch einen positiven Aspekt, den wir nennen müssen, ist China. Hier zu sehen die vier großen Einkaufsmanager-Indizes für China verarbeitende Gewerbedienstleistungssektor. Erstmals seit Ende der Corona-Lockdowns alle vier Einkaufsmanager-Indizes wieder über 50. Heißt über der Wachstumsschwelle. Also vielleicht ist da auch ein Hoffnungsfunke zu erkennen in der chinesischen Wirtschaft. Aber auch hier, die Märkte verhalten sich ja so, als ob wir in der kräftigen Boom-Phase sind. Das läuft mal hier in Wachstum hinein. Also eine Boom-Phase ist es eben auch nicht. Die Märkte verhalten sich wie in einer Boom-Phase. Aber es ist, ja, wir kommen etwas wieder aus dem Boden heraus. Es ist nicht, um den gleichzusetzen. Auch Thema Talsohle. Deutsche Industrie mehrfach haben wir das aber auch angesprochen. Es kann ja, die Überraschungspotenzial liegt auf der Oberseite. Es kann ja fast nicht schlimmer werden. Und gestern auch die Industrieproduktion in Deutschland, auch mit der zweiten Mal in Folge, jetzt leicht besser ausgefallen. Wir sehen ja schon den Haken. Wir nähern uns wieder der Industrieproduktion von Italien an Frankreich deutlich stabiler. Aber auch hier etwas die Hoffnung, es wird jetzt besser. Es wird endlich besser. Und das befolgt eben auch etwas den DAX. Thema Talsohle sieht es sehr danach aus. Thema Zinssenkung deutlich besser als bei der FED. Da ist man einfach weiter bei der Inflationsbekämpfung. Auch aufgrund der schwachen Konjunktur, dass man hier eine klarere Linie hat, wie es weitergehen wird. Bei der FED, bei den USA ist alles sehr, sehr undurchsichtig, sehr widersprüchliche Daten. Bei der in Europa, EZB, Deutschland ist das relativ, ist das klarer. Die Konjunktur ist eingetrübt, kommt langsam hoch, könnte Unterstützung erfahren durch die Geldpolitik, weil die Zinsen dementsprechend, weil die Inflation dementsprechend niedrig schon ist. Und deswegen ist ja der DAX auch ein bisschen der Outperformer gewesen in letzter Zeit. Was man diese Woche auch nachher mehrfach gesagt hat, sind die Unternehmen in ihrer Blackout-Periode, also in der Phase, wo die Aktienrückkauf, die Buybacks nicht mehr getätigt werden. Hier ist die aktuelle Woche, es ist das Zenit. Wir bewegen uns am Zenit, über 80% der Unternehmen jetzt in der Blackout-Periode, die keine Rückkäufe tätigen dürfen. Es fehlen hier etwas, die Käufer. Also Druck, den wir jetzt auf der Unterseite sehen, der nicht zu groß war, ist jetzt nicht echter Verkaufsdruck gewesen, sondern eher die mangelnden Käufer. Und da sind die Buybacks, die Unternehmen sind die größten Käufer im US-Aktienmarkt, sind die Buybacks ein wichtiger Faktor. Und dieser Faktor geht nächste Woche auch noch knapp unter 80% aus. Es geht dann deutlich zurück Richtung Ende April und dann laufen die Buybacks auch wieder an. Und mal gucken, ob dann der Mai dementsprechend fester ausfallen kann. In dieser Woche haben wir auch den Text, den mehrfach schon gesagt, gerne so im Wochenverlauf sieht man da auch etwas Gewinnmitnahmen, möchte ich es mal nennen, oder einfach ein bisschen Cash generieren, damit man die Einkommensteuer bezahlen kann. Mal sehen, ob es diesmal auch so sein wird. Seit 1985, die Grafik war es häufig der Fall. Und das ist eben der Punkt, so in diesem Wochenverlauf, der noch wichtige Termine mit sich bringt. Erzeugerpreise, Verbraucherpreise, FED-Protokoll, EZB, das ist ja am Beginn der Earnings, dass ja durchaus noch ein bisschen mehr Bewegung aufkommen kann. Bewegung gab es gestern nicht. Hier der Blick an die Wall Street nahezu unverändert. Also die großen US-Indizes, ich glaube Schluss 0,01%, ja, gute Nacht, nichts passiert. Nur die Nebenwerte mit einem halben Prozent sind etwas aufgefallen. Aber ansonsten war es ein komplett träger Handelstag. Sehr, sehr langweilig. Nur der DAX war der Outperformer, 0,79% konnte er zulegen. Aber vielleicht auch, die Daten waren besser ausgefallen. Man hat ja einfach die Hoffnung, dass man in so ein Goldlückchen-Szenario hineinkommt. Obwohl, ja, die Konjunktur sind vermutlich Q1, haben wir noch eine leichte Rezession gesehen. Man verhält sich so, als ob man eine Boom-Phase ist. Das passt eben auch nicht so recht. Was auch auffällig ist, der Volatilität-Index bleibt erhöht. Er bleibt deutlich erhöht. Über 15 Stunden notieren wir noch. Also den Anstieg der letzten Woche hat man nicht richtig hergegeben. Es ist etwas Unsicherheit im Markt. Es ist etwas Unsicherheit im Markt, weil eben auch wichtige Termine noch anstehen. Etwas, die Käufer fehlen. Vermutlich kommt da noch deutliche Bewegung hinein. Denn wir haben die wichtigen Inflationsdaten. Die kommen eben noch in den USA und überraschen sich fest. Könnte das ein Wachrüttler werden, dann ist der disinflationäre Trend eigentlich dahin. Den Jerome Powell zuletzt ja immer noch verteidigt. Er hat gesagt, ja, holpriger Weg, aber der Abwärtstrend steht. Das war seine letzte Meinung. Und wenn diese Daten fest reinkommen, fester reinkommen, dann müsste er seine Meinung revidieren. Und das ist die Sorge der Märkte. DAX, ganz kurz geschaut, hier im Stunden Short, hatte ich ja gestern alle schon geteilt. Hatte ich auch ein Setup mit eingezeichnet im Trading Chat auf Nachfrage. Wurde ich aber so nicht handeln wollen, hatte ich auch gesagt. Obwohl das durchaus aufgehen kann. Also muss jeder machen, wie er möchte natürlich. Es sind ja keine Handelsempfehlungen auf diesem Kanal. Aber ich poste ihm gerne auch Setups und mögliche Signale in meine Trader-Community. Ersten Link in der Videobeschreibung. Aber der DAX, seit letzter Woche, läuft immer abwärts, trennt nach unten. Flagge nach unten. Aber an einer ziemlich bullischen Flagge nach unten. Und er ist jetzt hier oben angekommen, an einer Zone, an der Entscheidungszone. Brechen wir hier oben wieder durch? Verlassen wir bereits diese Flagge? Meine Hauptannahme war ein bisschen das ja, dass wir die Flagge noch ein bisschen weiterziehen können. Schauen wir uns heute alles noch im Short-Check an. Wir bringen DAX-Short-Check und US-Indizes zusammen. Vermutlich in Mittagszeit liefere ich das noch ab. Kanal-Abo nicht vergessen. Da schauen wir uns die Sachen noch etwas genauer an. Man könnte diese Flagge etwas weiterziehen momentan. Aber wie gesagt, vierte Welle war ein bisschen im Thema. Jetzt bewegt man sich genau so, wie man sich in einer vierten Welle bewegen sollte. Also eine bullische Flagge. Damit danach noch mein Ausbruch auf der Oberseite kommt. Das Einzige, was so ein bisschen stört, ist, dass die Flagge nicht weit gelaufen ist. Ist mir etwas kurz. Vielleicht kommt dann noch was nach. Wir laufen doch noch Richtung 18.000. Würde mir viel lieber passen. Und dann bitte das gleiche Bild unten ankommen, wieder hochziehen. Also hier oben stehen wir jetzt so eine kleine Entscheidungszone. Mal gucken, ob wir die Entscheidung an den heutigen Tag bringen, wo es keine Signale gibt. Oder ob wir hier einfach seitwärts rauslaufen. Kann ich mir auch vorstellen, dass es heute sehr träge wird. Aber da schauen wir uns heute, wie gesagt, zum Short-Check noch mal etwas genauer an. Termine heute keine. Es gibt wieder keine. Es kann Regeln werden. Vielleicht die Geopolitik, die irgendeine Meldung noch bringt. Nahe Osten bleibt etwas unsicher. Und ja, ansonsten Mittwoch. Verbraucherpreise kommen hinein. Das ist der erste wichtige Fakt. Und dann natürlich das Notenprang-Protokoll der FED. Und Donnerstag dann die EZB. Also Verbraucherpreise, das große Thema. Überraschend, die Daten. Setzt man sich in der Mitte der 3% sogar fest. Und es kommt mit Tendenz zu 4%. Wäre der Hinweis für die FED? Nein. Da können wir nicht Zinsen nicht senken. Also bleiben wir 3, 4%. Mit der Tendenz zu 4% wird es nicht kommen. Wir müssen, und das ist meine Annahme jetzt, die FED möchte die 2 vor den Komma sehen und nicht die 2,0. Darauf wird man nicht warten. Aber hauptsache so ungefähr die 2%. Wir laufen dort knapp ran. Und dann, ja, hebt man das Inflationsziel vielleicht an. Aber jetzt zu sagen, 3,5% mit Tendenz zu 4%. Wir senken die Zinsen. Ich glaube, dann ist es wirklich hinfällig. Und dann muss man es vielleicht sogar, hat Jamie Dimon sogar recht, wenn man sich stabilisiert zwischen 3 und 4% Tendenz zu 4%, ob da vielleicht doch noch eine Zinserhöhung rein muss. Also das wird sehr, sehr spannend. Vermutlich bringe ich da auch einen Livestream. Also abonniert den Kanal, dann verpasst ihr das Video. 20 Minuten haben wir um. Jetzt hing es hier etwas, aber es funktioniert hoffentlich trotzdem. 20 Minuten sind um. Shortcheck nehme ich ja raus. Die liefern wir heute nach. Und abonniert den Kanal, da seid ihr gerne mit dabei. Gerne auch eure Meinung in der Kommentarspalte ist gefragt. Ansonsten sehen wir uns natürlich hier auf diesem Kanal. Später dann zum Shortcheck. Morgen dann zu den wichtigen US-Daten. Oder in meiner Trader-Community. Ersten Link in der Videobeschreibung. Da verpasst ihr nie etwas am Marktgeschehen. Das soll es gewesen sein. Bis bald. Mach's gut und ciao.